Die Guinness Show. Rekordvernächtig präsentiert von Reinhold Beckmann. So, ich möchte Ihnen jetzt sowas wie den Rekord-Rekordhalter vorstellen. Das ist ein ganz verrückter Vogel, der hat 26 Guinness-Rekorde. 26. Herzlich willkommen, der Einradkönig. Hier ist Peter Rosendahl. Peter Rosendahl. Peter, willkommen. Wie geht es dir? Thank you very much. What kind of Guinness-Rekords do you have? I just said 26. Nun ja, zuerst Seilhüpfen, dann 100 Meter Geschwindigkeit, also sehr schnell, rückwärts fahren, dann mit dem kleinsten Einrad überhaupt und dann verschiedene Entfernungen, alle auf dem Einrad. Er will uns heute einen neuen Rekordversuch präsentieren, hast du es ja eben kurz angesprochen, mit dem Einrad, Seilhüpfen, skip roping with the unicycle. Where is the record? Wo steht der Rekord? I got the record now. Ich habe selber den Rekord im Moment. Das ist mein eigener Rekord. Und zwar 166 Mal in eine Minute. 166. Mal eben ausrechnen. Komm. Das würde ja bedeuten, dass du in einer Sekunde drei Sprünge machen müsstest. Three steps in one second. Is that possible? Yes, that's possible. Ja, das ist möglich. Das geht. Und heute werde ich vier versuchen. Okay, wir wollen es versuchen. In eine Sekunde. Wir wollen es versuchen. Du gibst mir ein Zeichen. Give me a Zeichen, where are we gonna start? Okay, dann hol dir den Rekord. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Unterstützung hier. 130, 130, 40, 50, 60, a new record. Okay, thank you. Ich möchte die letzten 10 Sekunden bitte noch einmal sehen in Zeitlupe. Die letzten 10 Sekunden. Ich möchte die letzten 10 Sekunden ganz genauer sehen. 61, 62, 63, 64, 65, 66, ab jetzt wäre es ein neuer Rekord. 67, 68, 69, 169. 169. Yeah. Peter Rosenbaum. Und jetzt hast du sie verdient. Pietro Beer, mein Lieber. Sonium. Da. ân. Da.